Sibbele Bumbele Habele Bebele Sibbele Bab Ich bin ein Taubes Nüßchen Du bist ein Taubes Nüßchen Ja moin Leute, kommt noch nix wieder im Staunen Ich begrüße euch zum zweiten Part meines 1000 Abos Special Mit dabei ist wie in dem Video angekündigt Also wie ich es wollte, TheFabo Hallo Ja wo ich mich jetzt hier auf Breezy Arnegan 2 Ich hab mich da verkackt Gar nix Ich hab Guren Ich hab einen Kürbischkuchen Ja und ich nehme das Ganze auch auf Jo Warte ich geh runter Gibt's da unten was? Ja ja hier sind doch tschüss Ich hab Steinschwitz Ich renne einfach mal zu mir Kahn Ich hab schon Steinschwitz Na ich hab auch eins Nice Ah der leckt die oder leckt halb? Bei mir leckt's nicht Ah ok der hat geleckt Ist du Am Vulkan? Ja ja ich bin da Ja da Schaffst du das da in der Mitte rein oder? Wo? Am Vulkan da in die Mitte rein Boah da war ich noch nie Ja Ja Hm So So Ja und jetzt muss ich noch dazu sagen Also ist jetzt der zweite Part von Minecraft Danach werden erstmal 2 Teile der Call of Duty kommen Jo Ja Warst du da noch? Du warst hier wirklich noch nie drin? Nein nein noch nie Was vergabt mit deinem Leben ey Ja ok Wird ein bisschen falsch scharm Warte ich geh jetzt einfach mal da hinten rein YOLO Loll wo bist du jetzt hin? Ja doch das Wasser Ja Warte hier Ja Kannst mir zugucken wie ich jetzt gleich sterbe Muss ich runter kommen Oh oh jetzt sind wir alle gespannt Ja ich hab noch Kuchen Oh Für ein Kuchen da runter So Da unten ist sogar ne Träume mit Feuerschutzschuhen Oh Ah So Aber mich kann das noch relativ gut Weil ich grad da vor ne Runde mit nem Feuer gezockt hab Ja? Ja da hab ich das auch gemacht Alles klar So Wieder hoch Oh mein Gott noch keiner gestorben doch Echt? Ja doch Pa Oh scheiß ich bin feucht gegangen Muss ich jetzt hin Boah ich hasse dass man mit Pilzen nicht die Truhe aufmachen kann Ja das ist behindert Mit Zetzling auch nicht Ja Wo bist du hin gesand? Ich bin oben Hast du da? Hast du Hunger? Ja ich hab selber was Ja ich stell dir im Rückkuchen auf Ich stell dir im Rückkuchen auf Hier ist ein Schwert falls du noch kennst hast Ich hab anders ey Ja ok YOLO YOLO meine Freund Von mir ist hinten gar kein Alter Es leben noch 18 Leute Keine Neues überhaupt hier auf der Insel Obwohl meistens immer welche hier sind Allein allein schluss ja geil oh ne witz hier ist gar keiner ist da jemand am boot also was heißt boot hier weiß ich nicht ja da ist einer ich komm da auch mal hin ach so ich kann sie nicht hitten okay neul jahr klar ist es nicht wie ist deinem wegen ja ich glaub schon also ich konnte sie nicht mit dem elektrische der krecker verletzt läge aber hast du an die angeln heißt elektrische du blockst die ganze zeit jetzt nicht mehr ja jetzt geht's war die hier ne ange ja ich hab eine wo ist sie ach scheiße ja das war nicht schlau ja aber ich hatte gewinnt warte ich gehe wo soll ich nicht boosten ja na die hat auch eine die hat die Angel weggeschmissen jetzt gibt es die Binde jetzt gebe ich hier final hit oh die Punkte ist jetzt mittlerweile schon ich habe hier 60.000 und sind vor Ort weil ich hier ist so nicht töten das macht mich nicht mehr auf liegt dort nur was da liegt noch was brauchst du eine Holzachse für World Eddys? nein warte hier willst du die verzaubernden Schuhe? ne brauche ich nicht unbedingt ne ich habe Eisenschuhe also von dem her die Eisenschuhe ne immer da liegt noch Dankeschön das habe ich hier neid erst was wir hier entstander ist nein nein du? ne ich auch nicht mehr zu meinem Video geschickt habe ich das habe ich nicht angeguckt ich dachte auch wenn wir bekommen wir nicht so schnell blablabla normal schon jump and run skills nicht vorhanden bei mir gerade schon ach schasse das kann doch nicht sein du bist nur da hinten ich bin noch hier hinten ah komm hehehe jump kills null prozent drehen mich er wusste in die wir leben überhaupt noch zehn leute vor allem auf dem mit die in der sich die übelste Camper oh mein Gott und ausgelassen war wie viel davon noch ein aber noch reisen hier Eisenschutz bei die hinten waren wir noch nicht mehr das ist hier noch jemand höhe nutzloser Schalter weltante liefen können die sein die pisse da schon da hier der braune hab den gesehen war da hinten ein Name ne wo ne Halluzination jetzt so neil ist keiner mein gott langweilig langweilig ich geh ja den Berg hoch Yolo ja ich hast du diesen Berg war dreimal oben, dreimal würde ich runterspringen, dreimal bin ich auf den Ass gelandet und gestorben das war bei mir einmal dreimal jaa loll ne zweimal im Ass und einmal im Lillipad ja ok Lillipad ist bitterer ja ok Lillipad ist bitterer lol hier ist die kiste ja mein schon jemand willst du jetzt für deine 2.000 Abonnenten von hier oben springen 1000? Ja, vielleicht 1000. Ja, schaffe ich eh nicht. Warte, lass mal mit Deathmatches. Hä? Lass erstmal mit Deathmatches. Ja, ok. Ja, wow, jetzt müssen wir hier gehen. Also, noch eine Stunde. Ja, genau. Oder jetzt. Oh, man weiß es nicht. Oder jetzt. Dann nehmen wir noch einen auf, dann ist das SG4, die beste Map. Man sieht aber auch keinen von Jodo. Da unten sind zwei am Spawn. Oh. Da unten, die kriegen sich. Warte, ich spring jetzt hier runter. Für deine 1000 Abonnenten und für meine 2200. Und wenn wir es nicht schaffen, sind wir einfach schlecht. Hä, wo sind die? Sie sind da hinten. Nein! Loi. Ich lebe noch. Hallo. Ich trau mich nicht, ey. Jodo. Du bist gesprungen? Komm, jetzt müssen wir schlafen. Ja. Jetzt checken wir dir. Ich trau mich schon das mit hier. Und dann check mich, dass ich von der Seite komme. Boom, boom, boom. Ich leck. Ja, jetzt nicht mehr. Na, so ein Huren. So. Du gehst sterben. LoL. Ja, war ein geiler Boost. Boom. Äh. Hast du alles? Äh. Ja. LoL, du hast voll ironed. Krass. 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 Ja, schon krass. Oh, hier liegt ja voll fett Stuff. Jo. Ah, nur Bullshit, nein. Boah, ich wollte gerade essen. Ich soll es leben. Lol. Ja, Tex. Ja, Tex. Oh, ne Scheiß. Geht erst mal nur auf mich. Ja. Hacker. Hacker win. Noop. 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 So. LoL. Das ist ein Hurensohn, ey. Ey, ohne Witzer. Wie viel Punkte hast du verloren? Warte, ich hab... 413 verloren. Aber naja. Ich... Bullshit. Hecker, ne? Ist so. Eins von Sex Update. Kein Nodus. Was sind da... Nein, nein. Die haben das umbenannt, ne? Das heißt, ich bin Nodus. Echt? Ja. LoL. Wieder geupdatet. Richtig behindert. Weiß so. Mat, komm mal in Normal-Hub, dann machen wir noch ne... Äh, für... Dingsbums. Fülltes Wort nicht. Ja. Abschiedung. Abschied, ja. Bin in Normal-Hub, wo bist du? Äh... Vorsorbar Games. Hab so. Ah, da. Der heistige normale Skin. So. Am ja. Ich will sagen, das war ne geile Runde. Außer der Hacker da am Schluss. Der hat nicht sein müssen. Äh... Ja, das Video schick ich halt an Mod, dann wird er höchstwahrscheinlich gebannt. Und du dann auch, hoff ich. Oder... Ja. 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 Weil ich auch der Boss-Hacker bin. Ja, schau doch mal bei dem hier da vorbei, ey. Link in der Beschreibung. Aber da count no nix. Ja, ja. Und ich hoffe jetzt hier, da ist der Pinguin, den man jetzt nicht sieht und hier ist der Magma-Q. Video. Man weiß nicht, was daraus entsteht. Ein Magma-Pinguin. Wir sagen... Ein Magma-Pinguin. Ein Magma-Pinguin. Kommt rein, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao.